Warum kann das nicht einfach gehen oder einfacher gehen? Wahrscheinlich hast du dich sowas auch schon öfter mal gefragt. Und die Sache ist, es geht nicht darum im Leben, dass alles immer leicht gehen muss oder einfach sein muss. Es geht darum zu lernen und zu wachsen. Und wir haben ganz häufig selber diesen Wunsch, oh, könnte es nicht einfacher gehen, könnte es nicht leichter gehen. Und wir haben auch diesen Impuls, wenn wir zum Beispiel Eltern sind oder wenn wir Coaches sind. Und wir möchten es dann gerne den Kindern oder den Coaches, den Klienten leichter machen, einfacher machen. Und mein Impuls heute ist, tu das nicht, mach nicht diesen Fehler. Es geht eben nicht darum, dass alles immer leicht sein muss oder einfach von der Hand gehen muss. Es geht darum zu wachsen und das ist manchmal hart und es darf hart sein.